Monte in GTA E.P. Oha, hier ist Monte. Verpiss dich, du... So, oh, wer ist denn die alte Digger? Wer, Digger? Der meint, ich hab meine Leber verloren. Wer? Hier, der von rechts von dir. Nee, ich mein, wer gefreut hat, Digger. Salam Aleikum. Hallo. Ich wollte mich vorstellen. Hallo, hallo. Ähm, ja, können sie aber nicht so machen, müssen sie schriftlich machen. Wie schriftlich? Das ist mit Hannah Leib, nehmt den einfach an. So, ich würd mal sagen, ihr gebt mir die Uniform. Ich würd sagen, sie gehen einfach raus. Scheiß auf die Scheiße, Digger. Schau mal was anderes, komm aus der Fortnite. Deine Mutter, Digger. Hallo, ich bin's, Marcel, Digger. War das wirklich Erdschätzt? Mit Stimme verstellt oder hat da irgendjemand sich für ihn ausgegeben? Du bist Marcel? Ja. Was? Was? Du bist wirklich spontaner Blick? Nein, oder? Weißt du was? Ich scheiß auf dich, Digger. Nein, nein, nein. Verpiss dich, Digger. Was? Er klingt schon ähnlich, aber er ist es nicht, ne? Ich bin spontaner Blick, ich schwöre. Wanted? Verpiss dich, du... ...Digger.